Alles beginnt mit der Entwicklung eines Produkts beziehungsweise mit der Weiterentwicklung von bestehenden Systemen. Hier folgen wir den sogenannten Eco-Design-Richtlinien. In diesem Eco-Design-Prozess fördern wir Nachhaltigkeit in allen Stadien der Produktentwicklung. Dazu gehört eine Lebenszyklusbewertung, um beispielsweise Umweltauswirkungen in jeder Lebensphase eines Produkts bestimmen zu können. Diese Betrachtung beinhaltet die Rohstoffgewinnung, die Materialverarbeitung, Herstellung, Nutzung, Reparatur und Wartung bis ja dann hin zur Entsorgung oder zur Wiederverwertung. In diesem ganzen Prozess gibt es fünf Kategorien, die wir uns hierbei ganz konkret anschauen. Das erste ist die Energie und das heißt, wie energieeffizient ist das System und lässt sich das Ganze eventuell noch verbessern. Das zweite ist Verpackung. Zum Beispiel lässt sich recyceltes oder biologisch abbaubares Füllmaterial verwenden. Drittens Inhaltsstoffe. Lassen sich der Einsatz oder lässt sich der Einsatz von gefährlichen Stoffen minimieren. Das vierte sind dann das Gewicht und der Materialverbrauch. Und da versuchen wir die Menge des eingesetzten Materials oder die Menge der eingesetzten Masse zu reduzieren. Und last but not least die Kreislaufwirtschaft. Und hier bewerten wir das Potenzial eines Systems oder eines Produktes beziehungsweise einer Komponente des Produkts zur Kreislaufwirtschaft beizutragen und prüfen, ob sich das Ganze optimieren lässt. Und bis 2025 sollen bei Philips alle neuen Produkte nach Eco-Design-Richtlinien entwickelt werden. Und ein ganz aktuelles Beispiel ist der Ingenia Ambition 1,5 Tesla, unser MRT-System. Ja, das Besondere am Ingenia Ambition 1,5 Tesla ist der Blue Seal Magnet. Der Blue Seal Magnet ist das Ergebnis einer jahrelangen, jahrzehntelangen Entwicklungsarbeit. Und das System, der Magnet, kommt mit nur sieben Liter Helium im Betrieb aus, statt der normal üblichen, konventionell verwendeten 1500 Liter Helium. Das ist wichtig. Helium ist wichtig für die extreme Kühlung des Systems. Und das ist wiederum Grundvoraussetzung für die Supraleitung des Magnets. Helium ist eine sehr knappe Ressource, die inzwischen auf dem Weltmarkt relativ schwer zu beschaffen ist. Das heißt, es bringt lange Vorlaufzeiten mit sich und Helium ist eine sehr Kühlung. Das System kann durch einen Notfall oder durch technische Probleme zu einem sogenannten Quench kommen. Das heißt, das gesamte Helium im System verdampft und entweicht damit unwiederbringlich. Das System muss neu befüllt werden und dann entsteht die Herausforderung, wie beschaffe ich schnell neues Helium. Das ist also mit Kosten verbunden und gegebenenfalls auch mit Ausfallzeiten des Systems. Beim Blue Seal Magneten, beim Ambition 1,5 Tesla, entfallen all diese Probleme. Denn der Magnet ist versiegelt, wurde einmalig mit sieben Liter Helium befüllt und das Helium kann nicht mehr entweichen. Das System hat einen weiteren Vorteil. Es ist deutlich leichter als ein konventionelles System, um bis zu 900 Kilo. Das erleichtert die Installation an sich und auch ein Umzug innerhalb eines Gebäudes oder in ein anderes Gebäude ist deutlich leichter und dadurch mit weniger Aufwand verbunden, was ebenfalls ein Nachhaltigkeitsaspekt ist. Im nächsten Schritt betrachten wir dann die Beschaffung bzw. den Einkauf von Großgeräten und in diesem Fall von MRT. Und das Ganze für radiologische Praxen oder für medizinische Versorgungszentren, kurz MVZ, oder ja natürlich auch für Kliniken. Und hier stellt sich die erste und vielleicht auch die grundlegendste Frage vor einer Neuanschaffung. Und die ist, brauche ich überhaupt ein neues Gerät? Oder ist es nicht viel angemessener und sinnvoller, die Nutzung des bestehenden Geräteportfolios zu optimieren und damit zu verlängern? Und das ist dann auch der erste Moment, wo Anwenderinnen und Anwender in Kliniken oder in Praxen im Sinne der Nachhaltigkeit handeln können, indem vorhandene Ressourcen länger genutzt werden, besser genutzt werden, bevor dann schlussendlich ein neues System angeschafft wird. Wie kann eine solche Optimierung eines bestehenden Systems aussehen? Es gibt zweierlei Wege. Das eine ist eine Softwareoptimierung. Das bedeutet, ein bestehendes System wird mit der neuesten Software ausgestattet. Das heißt, neue Untersuchungsmöglichkeiten können sich ergeben. Es ist ein besserer Workflow gegebenenfalls möglich, sodass das System effizienter und nach den neuesten technologischen Fortschritten dazu passend genutzt werden kann. Das heißt, mit einem geringen Mitteleinsatz und mit einem ressourcenschonenden Ansatz kann eine deutlich effizientere Nutzung des Systems erzielt werden. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg wäre ein sogenanntes Technologie-Upgrade, die Durchführung des SmartPath-Programms. Dabei geht es darum, dass die materialintensivste, schwerste, teuerste Komponente des Systems, der Magnet selbst, erhalten bleibt, der nicht an Wert verloren hat. Der bleibt also bestehen, aber alle weiteren Komponenten werden durch neue Bestandteile ersetzt oder Bestandteile, die dem neuesten Stand der Wissenschaft und der Technik entsprechen. Das heißt, auch so ist unter Nutzung der bestehenden Komponente Magnet quasi es möglich, ein neues System zu erzielen, das über die neuesten Softwaretechniken verfügen kann und eben auch einen effizienteren Workflow mit sich bringen kann und dadurch eine effizientere Nutzung des Systems möglich macht. Muss doch tatsächlich ein neues System angeschafft werden, ist zu überlegen, ob nicht ein wiederaufbereitetes, ein refurbishedes System sinnvoll und möglich wäre, weil auch das einen ökologischen Vorteil mit sich bringt, also ein System der Circular Edition. Genau, wenn alle diese Optionen bedacht wurden und das System dann vielleicht doch wirklich jetzt das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, dann nehmen wir das auch gern wieder zurück. Bis Ende 2025 möchte Philips das ermöglichen, dass alles medizinische Philips Equipment zurückgegeben werden kann, sobald oder solange man es denn möchte. Und die Systeme, die unseren Anforderungen entsprechen, werden mit hochmodernen Refurbishment oder Remanufacturing-Prozessen in die sogenannte Circular Edition verwandelt. In diesem konkreten Fall von MRT-Systemen ist es so, dass circa 80 Prozent des durchschnittlichen Gewichts von gebrauchten MRT-Systemen durch Überholung oder Wiederaufbereitung weiterverwendet werden können. Wenn sich dann Systeme vielleicht nicht für eine Wiederaufbereitung eignen, haben sie natürlich aber immer noch ihren Wert und bestehende Komponenten können dann als Ersatzteile weiterverwendet werden. Und ja, um vielleicht eine konkrete Zahl zu nennen, das ist so, dass in Deutschland circa 22 hochwertige Serviceteile aus MRT-Systemen zurückgewonnen werden können. Und dazu gehören Spulen, Verstärker, aber auch Antriebsmodule. Und das, was wir nach der Rückgabe von diesem System ja vielleicht nicht weiter aufbereiten oder in weiteren Teilen verwenden können, das wird dann durch zertifizierte und lokale Recycling-Unternehmen nachhaltig und verantwortungsvoll entsorgt. Ob ein System in der Circular Edition verfügbar ist, hängt vom jeweiligen Gerätetyp ab. Die neuesten Baureihen brauchen immer etwas, bis sie auch als Circular Edition verfügbar sind. Wichtig ist, diese Systeme erfordern einen geringeren Mitteleinsatz, haben eine deutlich bessere Umweltbilanz, bieten aber die gleiche Qualität, die gleiche Unterstützung in Bezug auf Service, Schulung, Einweisung und Garantie wie ein neues System. Und Circular Edition ist nicht nur auf MRT-Systeme anwendbar, das sieht man auch hier auf der Folie, sondern auch auf viele weitere Produktkategorien, die wir hier bei Philips haben. Und die umfassen zum Beispiel mobile C-Bögen, MRT-Systeme, wie gerade schon genannt, CT-Systeme und Ultraschallgeräte. Und so sieht das Ganze dann in seiner Gesamtheit aus. Also am Anfang steht das neue System, das idealerweise nach Eco-Design-Vorgaben entwickelt wurde. Das kommt dann zum Einsatz und wird versucht, so lange wie möglich in der Nutzung zu halten. Und das Ganze funktioniert gut durch Upgrades von Software- oder Hardware-Komponenten, damit das Ganze auf dem neuesten Stand bleibt. Und schlussendlich, wenn es dann doch seine Lebenszeit erreicht hat, wird es deinstalliert und als Ganzes, beziehungsweise wie schon beschrieben, in Einzelteilen zurück in die Nutzung gegeben. Und ja, das Idealszenario für eine nachhaltige Gesundheitsversorgung ist natürlich, die Großgeräte oder Geräte allgemein so lange wie möglich in der Nutzung zu halten. Und dies ist auch unser Ziel mit der Circular Edition und natürlich auch darüber hinaus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch von meiner Seite.